Also der Brüll, der wohnt echt in der Pampa. Heute gibt es wieder eine Tour mit ihm und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt einfach dran. Moin, hier ist der F. Und der Eis? Der Mann ohne Namen. Ich bin's mal wieder. Was machen wir heute? Eine kleine Runde durch den Odenwald. Ich bin's mal wieder. Ich bin's mal wieder. Bestens, darauf habe ich gewartet, bin natürlich wie immer ohne Wasser losgegangen. So, jetzt testen wir mal Odenwaldwasser, einwandfrei, ja herrlich, ich habe gar keinen Bock auf 18 Kilometer Tür heute. Waldsauerklee. So, jetzt testen wir mal Odenwaldwasser. Na Kollege, schmeckt es? Mein Essen zieht nur, aber ich habe einen trockenen Weckhörter. Ne, ich habe auch ein bisschen Paprika noch dabei, ich habe dazugehört, ausgerüstet. Gut ausgerüstet. Ohne Essen geht bei mir nichts, ohne Mamm kein Kampf. Das ist die oberste Beweise von mir. Das wird lustig auf der Bergtour. Wahrscheinlich schleppt er ein ganzes Restaurant in seinem Rucksack mit. Das ist die oberste Beweise von mir. Das ist die oberste Beweise von mir. So, jetzt verschafft das Beweise von mir, denn das ist genau wie sonst kommt. Ja, wir sind jetzt hier im Holdergrund, ein schönes Tal mit einem kleinen Bach drin. Ich schliebe natürlich wieder mittendurch, weil es einfach geil ist. Das ist echt krass, wie viele Brücken es hier gibt. Schon wieder eine Brücke? Ja, da muss irgendwo ein Nest sein. Wie viel gibt es denn davon noch? Schon wieder eine Brücke! Krass! Ey geil, das hat man schon lange nicht mehr. Eine Brücke! Proposichtlich etwas baufällig. Ich bin drüben, jetzt bist du dran! Viel Spaß! Jetzt macht es bestimmt krass! Ja? Auffällig! Geschafft! Mist! Wer hätte es gedacht? Eine Brücke! Ja! Sieht wirklich aus wie eine Brücke! Schnellfahren! Ja! Du weißt schon! Was? Flugzeug? Ja! Okay! Oh! Ja! Gibt es was zu erzählen, wenn die doch mal alle zuschauen? Ja! Ja! Die Füße climben! Ja! Weil damit ist doch nur vier Stück an der Zahl! Ja, dann schalte ich euch halt mal ab! Hilfe! 20 Kilometer Odenwald! Was? 20? Gefühlt 45 mindestens! Ey! Ich habe es so füßig! Na ja gut! Aber war eine geile Tour! Ja! Danke fürs Zuschauen! Macht's gut! Und bis zum nächsten Mal! Tschau tschau! Tschau tschau! Tschau! Platz dem Fürst vom Holderbach! Geschleicht dich! Jamal! Das war ein bisschen plötzlich! Ich glaube du spinnst! Ja! Platz! Not Bereit á! Du bist da! Ich spiel mich immer här! Er faszinierde Bloomberg!